Ich weiß, was dich beschäftigt. Wieso ist der Mars wieder aufgetaucht? Der Zeuge hat eure Planeten und Monde mit Hilfe einer Macht aus der Tiefe gestohlen. Der Macht, Welten von einem Ort zum anderen zu bewegen. Also, wieso ist der Mars zurück, während die anderen noch fort sind? Und wo sind deine verschollenen Freunde?